Roger, morgen startet gegen die Slowakei der Deutschland Cup. Zum zweiten Mal ist man mit dabei. Welche Ziele hat man sich denn für heuer gesetzt? Wir wollen drei sehr gute Spiele spielen. Wir wollen zeigen, dass wir zu Recht an diesem Turnier eingeladen sind. Wir wollen mit unserer Leistung dem Komitee aufzeigen, dass ein Deutschland Cup ohne Österreich nicht mehr denkbar ist. Wir freuen uns jetzt morgen das erste Mal anzutreten. Was ist der Eindruck von der Mannschaft nach den ersten Trainingseinheiten? Wie präsentiert sich Ihr Team? Sehr motiviert, sehr leidenschaftlich, schnell. Die freuen sich aufs Spiel. Ich habe sehr viel Freude an der Mannschaft. Ich bin sehr gespannt auf morgen. Wie weit konnten Sie die Gegner auch schon analysieren? Jetzt einmal im Speziellen die Slowakei für morgen. Mit welcher Mannschaft sind die hier angetreten? Ja, ich mache das im Vorfeld schon seit einer Woche zuvor, wenn ich höre, wie viele Spieler kommen. Es ist aber nicht so wichtig für mich wie zum Beispiel an der Weltmeisterschaft. Sie haben ein paar Weltmeisterschaftsspieler dabei. Sie haben sicherlich auch viele, die fehlen. Auch sie testen Spieler, wie es im November normal ist. Sie haben Spieler aus der slowakischen Liga, haben Spieler aus der tschechischen Liga. Aber es ist sicherlich eine gute Mannschaft. Gegen die Slowakei hat man in den vergangenen Jahren sehr viele Spiele absolviert. Was erwartet beide Mannschaften in dieser Partie? Ja, für uns ist es ja das Ziel, dass wir möglichst oft gegen gute Gegner spielen können. Gegner, die im Ranking vor uns liegen. Weil dann können wir lernen von ihnen, mit dem Tempo und der Intensität mitzugehen. Und auch lernen, sie zu schlagen. Das ist für uns wichtig, diese Kontakte. Von daher erwarten wir gegen die Slowakei ein eben solches gutes Spiel. Das ist für uns wichtig.